Was? Ein Godthorn? Ja. Was steht dann da? Naja, das ist ne Waffe. Ja. Geil, ein Ziegenhorn. Ein Ziegenhorn. Ein Ziegenhorn. Ich musste immer Mana-Skills zulegen, weil ich... Ich renn... Also... Ich hab immer voll Mana. Darf ich aber nicht immer voll leben. Leben wird momentan bei mir nicht mal angekratzt. Geht die ganze Zeit aufs Schild, wenn überhaupt. Was haben wir denn hier? Ein Armor Scrap. Was ist das? Ein Armor Scrap improves the quality of Armor. Oh, cool. Alter, was sind das denn für Viecher? Ja. Hat tatsächlich die... Die Rüstung verstärkt. Das sind Sklette. Nee, das ist hervorragend. Gerade keine Sklette. Was hab ich denn jetzt hier? Oh, Freeze. Okay. Ah, cool. Hier ist ein Barrel. Die hier meine ich. Diese komischen... Dinger. Diese Tiger-Teile. Wow. Das ist witzig. Wenn ich das anhab, dann mach ich den gegen einen Schaden, wenn ich die so gut laufe. Large Mana Flask. Danke. Das brauchte ich. Ja? Ja? Ja, ich hab ja bis jetzt nur kleine. Hier hinten geht's grad voll ab. Ah, ich bin ja. Ach. Ah, ich bin ja schon. Uh. Unidentifiziert! ich gerade die große in blau gekriegt habe und du mal die mittlere Shortbow? war ich nicht Was ist das denn? Ja, das sind Amazönchen Sieht nicht gut aus, ne? Da hinten brennt es ganz schön, du irgendwelche Spells, irgendwelche besonderen Chest Barrel Noch ein Barrel Zwei Schuss und ihr seid hier nüge Sauber, krasses Teil Na dieses, oh was ist das denn? Ein Rusted Spike Das ist wohl eher für diesen Fechtduell landen, ne? Ja Konnten wir eigentlich an irgendeiner Stelle bereits abbiegen? Nein Also nach linken, oh ich bin schon aufgeschlägt What? Nicht fair Aber doch unvermeidbar Ich muss mal eben leveln Ja, ja, das ist jetzt halt Bin auch aufgestiegen Ah Warum? Warte Warte Wo ist er hin? Hier bin ich Chain Boots Train Club Es sind hier Mana und Mana Regeneration Energy Shield Deep Wisdom 20 Maximum Mana Hier ist der Wegpunkt Was? Hier ist der Wegpunkt Warte kurz Also es ist ja schon mal ganz geil Muss man ja so sagen Dass man hier relativ zügig aufsteigt Finde ich Bisher zumindest Frage ist Wie lange das so weiter geht Du prügelst dich schon wieder? Hier ist noch so ein Goathorn Cool Ich will auch so ein Ich hab einen Ring gefunden Ziegenhorn Was? Der bringt Hier Ach, das ist der Ring, den wir Die endlich auch schon mehrfach haben A Copper Sword Möglicherweise Nein Nein Kupferschwert Was hab ich denn mit einem Kupferschwert Oh, hier ist eine dicke Tatsächlich? Ja Oh ja Oh, krass Da ging es doch ein bisschen aufs Leben Er hat einen Chainmail West fallen lassen Ein Pauler Ring Bringt Oh Maximum Mana Chainmail West Blau, blau, rot Oh, das ist meine Ja, nehmen sie mit Sonst was blaues hier Played West Hattest du jetzt den Ring aufgenommen? Hä? Hattest du den Ring jetzt mitgenommen? Ja, den Ring hatte ich glaube ich aufgenommen Okay Da ist noch ein Power Ring Das ist der gleiche Dann nehme ich den diesmal Also, wo ist er denn da? So, dann schauen wir auch mal kurz 1,5 Life Regeneration per second Reflects one physical damage Hier ist so ein Rapier Das ist auch was für den Typen Sun Recovery Das kann ich auf jeden Fall mal einsetzen 23 Maximum Mana Hab ich schon Hab noch hier so einen Rustic Rush Okay Perfekt Ah, schon alles platt gemacht Äh, nö Ich hol mal kurz Meine drei neuen Zombies Zack Zack Zack, travel to Prisoner's Gate Sind wir immer noch nicht bei Prisoner's Gate, oder was? Roller of this guy Ja Rusted spike vielleicht noch wieder was zum lesen das war bisher jetzt aber nur eine richtung ich bin tot was passiert jetzt mit dir was ich hatte nicht darauf geachtet dass mein leben so weit runter war ich hab's ja mal alle platt ich hab eiserne sandalen gefunden schnapp mir nicht alles weg was hast denn alles gefunden eiserne sandalen habe ich gefunden was denn sonst noch was bringen die denn die eisernen sandalen die haben 16 evasion rate energy shield 4 required level 6 plus 5 evasion rate plus 13 zu maximum life plus 16 zu maximum mama mama und 9 prozent lightning resistance willst du die tragen nein willst du die haben ja dann will ich die tragen wenn ich tragen jetzt meine sind besser